Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem bzw. unserem neuen Vlog bzw. eher meinem neuen Video Ja, eigentlich schon Ist heute der Juliantag, nicht wahr? Ja, wir haben es gestern schon angekündigt für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben Heute ist der Juliantag, das bedeutet, er darf heute alles entscheiden, was wir machen Also jetzt nicht so, du musst das machen Sondern er macht halt das, worauf er Lust hat und ich muss halt mitziehen Ja, bitte? Ich bin übrigens unzufrieden, weil wir jetzt gerade einen Termin hatten Und mussten dafür in die Stadt fahren und mussten im Büro sitzen und äh Aber wir haben trotzdem erst 11 Uhr morgens jetzt gerade Wir haben jetzt 11 Uhr, das heißt, würde ich sagen Du hast den ganzen Tag noch Faires halber beginnt dein Bibietag morgen auch erst um 11 Uhr Vor dir auf die Idee kommt, mich um 6 Uhr zu wecken und irgendwo hinzufahren Ja, okay Okay, ist das ein Deal? Ist ein Deal 11 Uhr Oh, mit links ist ja komisch Ist sehr komisch Dann darf ich heute, weil der Juliantag ist, auch die Verlosung aussuchen, denke ich mal, ne? Ja Halt mal Die größten Sachen will ich natürlich für Dezember übrig lassen Weil der Dezember ist Aber ich würde gerne den Fernseher verlosen Ja, der Junan, der lässt sich nicht los tun Ja, die waren tatsächlich ein richtig nice Ding Alles, was ihr dafür tun müsst, kann euch die Bianca erklären, weil heute ist Juliantag, hab ich keinen Bock drauf Ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben Mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr einmal an der Verlosung teil Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne über den Link in der Infobox machen Ist natürlich kostenlos Daher heute der Juliantag ist, würde ich sagen, ich hab mir natürlich auf meinem Handy Notizen gemacht, natürlich Natürlich Ich hab einen dicken Haufen vollen Notizen gemacht Aber die Bianca Frühstück, die hat so gerne Schwarzbrot mit Kresse und gesund Heute gibt's Müsli Mhhhhh Wir haben keine Milch, ne? Ich hasse meinen Juliantag! Ich hab die geilste Idee Ach, was ist das meine anderen Müsli-Dinger? Ja, aber nur, weil ich mehr genug von mir drin bin Das schmeckt aber lecker Willst du mir vielleicht schon mal sagen, was du so für heute geplant hast, wenn du dir eine riesenlange Liste geschrieben hast vom Handy? Nee Bibi? Ja? Wir werden jetzt erstmal ein bis zwei Stunden lang GTA spielen Ach, nein! Doch! Playstation anmachen So, ja, sagen wir mal erstmal ein Stündchen Und dann, ähm... Juni, ich hab wirklich gerade so was von... Bianca, jammern ist nicht, sonst jammer ich morgen an deinem Bibi-Tag auch Okay Machst du die Playstation kurz an? Super lieb von dir Los geht's Ich muss schon sagen, das hat mir großen Spaß bereitet Du hattest auch Spaß Ja, in deinen ersten drei Minuten Ich hätte da doch so eine kleine Bitte Meine Schuhe, ja? Ich würd mich total freuen, wenn die Bianca auch einen Schuh sauber macht Dann putzen wir zusammen kurz meine Schuhe Du würdest mich heute noch bei so einigen Sachen unterstützen, ja? Was, was denkt ihr? Denkt ihr, Bibis Tag wird schlimmer? Okay! Da er heute mein Juliantag ist, fährt natürlich die Bianca Wir fahren kurz in die Stadt Bianca hat Verbot Sie darf nichts anderes sich kaufen oder angucken oder anprobieren Es wird sich einfach nur um mich drehen So richtiges Männershoppen Ich hab nämlich noch andere, eine andere Besorgung, die ich machen möchte Das seht ihr aber gleich Ich hab mir hier zwei verschiedene Autos und eine Hubschraube ausgesucht Kannst du das bitte tragen? Aber Jun, du hast ja doch letztens die erste Autos Ich nehm deine Tasche dafür, okay? Juli, du hast ja doch schon ein paar... Oh ne Geil Sein Ernst Fühlt sich irgendwie geil an, dass die Bibi alles für mich tragen muss Kommt die Bibi gerade mit einer ganz miesen Aktion und will mich nach oben locken Und sagt, da sind auch schöne Schuhe Da waren aber die Frauenschuhe Darf ich das mal zusammenfassen? Wir sind jetzt über... Sehr gerne darfst du zusammenfassen Wir sind über eine Stunde jetzt wegen dir durch den Scheiß... Deinen Wegen! Ja? Deinen Wegen durch den Regen gelaufen Du hast mir einen 200-Euro-Schein aus dem Portemonnaie genommen Hast dir davon die unnötigsten Spielsachen, die du schon in 10-facher Ausführung zu Hause hast? Nein, das stimmt nicht Ich habe sehr viele Spielsachen, das stimmt Ich klinge wie so ein Zweijähriger, der sich recht fertig will Aber 99% der Dinge, wenn ich dich damit fahren lasse, fährst du das gegen die Wand Und sag dazu, ich habe zwei Rennautos gekauft, das eine ist für dich Der Julian hat sich dieses neue Aufladekabel für das iPhone, dieses Pad, wo man ohne Kabel aufladen kann geholt Diese mobile Station zum Aufladen, wo du nur dein Handy drauf legst Und ich wollte die unbedingt haben und der hat es nur für sich gekauft und ich habe keins bekommen Es ist Juliantag und ich dachte, man muss auch mal irgendwo den Sparhahn drehen Tut mir leid, so sieht mein Tag halt aus, mein Traumtag Was mir noch gerade eingefallen ist, und zwar, die Bibi fährt ja gerade ihren gesunden Trip Ja? Und an Juliantag, wie oft habe ich dieses Wort schon gesagt? Der Juliantag 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 Nein, doch Wird auf jeden Fall gleich ne richtig nice Partypizza bestellt Und du musst genauso viel Essen wie ich Wieso genauso? Ja184 Ja, damit ich mich nicht schlecht fühle, weil ich es mir an meinem Tag wünsche Ich werde sehr viel verdrücken ja und vor allem werde ich den Pizzageschmack auswählen Was machen wir jetzt? Sollen wir hoch, oder..? Nee Warum? Jetzt gehen wir hoch Wenn du es da hinten ablegen könntest, das wär super Du willst, Leute, ihr müsst morgen einschalten, das wird ein legendärer... So, jetzt reicht deine eigene Werbung, jetzt geht's nämlich um meine Rennautos. Oh, ich hab Batterien vergessen. Kannst du mir Batterien kaufen gehen? Dann hab ich für die Bibi, weil die Bibi ja immer so Riesenautos liebt. Er ist für mich der Große. Du darfst damit mal fahren. Pack mal das ganze Ding nochmal aus, check! Krusch nicht. Ich habe Hunger. Wann bist du bereit, Essen zu machen oder was auch immer? Du darfst sie mir jetzt bestellen, die Pizza, okay? Ja, ich hab seit so langer Zeit nichts... Okay, welche ist deine Lieblingspizza? Sag ich dir nicht. Sag, willst du Partypizza? Ja, hallo, wir würden gerne was bestellen. Eine große Partypizza. Und das war's. Okay, sehr gut, danke schön. Ich hab mir einen Garfield-Chiller-Polik... Okay, der ist wirklich richtig geil. Ich dachte, ja, genau perfekt für diesen Tag. Brr. Dieser Pulli mag zwar Geschmackssache sein, aber ich bin ein übertrieben harter Garfield-Fan. Boah, man hat so Angst die ganze Zeit, dass man irgendwas vergisst, was man eigentlich noch hätte ausnutzen müssen. Ich will gleich noch ein Schwimmbad. Echt? Boah, ja. Geil. Was ist das denn für ein Abschiedsbegistungsfall? Ich hab's kaputt gebrochen. Dann wollen wir doch mal sehen, wie viel Batteries da rein müssen. Sieht aus wie AA, ne? Der hat ja alles voll gegessen. Hahaha. Hahaha. Julian, guck dir doch mal die Unordnung hier an. Warte die Playstation an. Soll ich dir vielleicht auch die Schuhe ausziehen? Ich wollte ihn auf Fußball spielen, weil es regnet. Bibi, Bibi, komm mal gucken. Ey, das sieht gerade aus, als wäre ich der dickste Mensch, die es nur gibt. Bibi, meine Playstations noch nicht an. Muss ich die auch noch selber zahlen? Ach Leute, ich fühle mich wie der Letzter Assi. Kannst du mir die Pizza in mundgerechte Stücke schneiden, Bianca? Wenn ich jetzt so mache, habe ich die Pizza in der Hand. Ich wusste nicht, dass sie so groß ist. Alter. Ey, was gibt es chilligeres? Isst du jetzt auf der Couch? Ja, lass uns auf der Couch essen. Wehe, du machst Fettflecken hierhin. Messergabe? Apropos Fettflecken, willst du denn nicht lieber woanders essen? Vielleicht die Playstation? Mh, Berafractor. Du musst genau das mit essen wie ich. Oh ne. Ich will jetzt spielen. Das ist so schlecht. Komm schon. Doch, sonst fühle ich mich so schlecht. Kannst du meinen Controller aufladen? Der ist irgendwie leer, da kommt so eine Meldung. Ich habe übrigens das allergeilste Instagram-Bild aller Zeiten gemacht. Schaut auf jeden Fall mal bei mir an Instagram vorbei. Kannst du mal mehr Batterien in den großen Wagen stecken? Den würde ich gerne mal ausprobieren. Gib dir mal einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt. Oder auf das Video, wenn ihr sagt. Julian, du solltest nochmal so einen Tag haben. Weil dann darüber treib es richtig. Kannst du mir mal helfen? Nein. Wie kann man denn eigentlich... Ich bin beschäftigt. Hm, die sind auch ruhig gelackt. Geil. Mamm. Mein Auto hat keinen Empfang mehr. Das ist ne Lampe. Das ist ne Lampe. Das ist ne Lampe. Okay, gib mir das Ding. Bam. Du hast gesagt, zusammenspielen. Ja, du hast recht. Ich hab die Kamera an dem Auto befestigt. Oh, pass auf, dass nicht die Kamera aufgefährt. Puh. Au. Au. Geil, dieser Effekt. Ey, wo ist das? Warte, was ist das so? Ich feldet, wie bescheuert sind wir. Leute, warte, ich mach einfach im Spiegel, dann sehen die es ja. Leute, gebt euch das mal. Wie die Vloggingkamera jetzt aussieht. Die hängt einfach an dem Auto dran. Seid ihr bereit für den krassesten Special Effect ever? Und go! Bleh. Während die Bibi sich darum kümmert, dass meine beiden Hubschrauber aufgeladen werden, werde ich mal in der Zwischenzeit dieses geile Ding anschließen gehen. So ne Aufladestation. So, ich hab das Ding jetzt hier angeschlossen. Bleh. Ah, doch, jetzt hat's geleuchtet. Yeah. Wie geil. Hä? Guck mal, das blinkt. Dieses Blinken seh ich in meinem bloßen Auge nicht. Das seh ich grad nur durch die Kamera. Oh, gute Nacht. Boah, geil. Könnt ihr bitte wenigstens an meinem Juliantag einfach mal den Mund halten? Danke. So, zum Abschluss des Tages hat der Julian sich gewünscht, wie er eben schon angekündigt hat, ins Schwimmbad zu gehen. Deswegen fahren wir jetzt in die Therme und verbringen dann da jetzt noch so anderthalb, zwei Stunden. Willst du noch was anderes sagen? Ich würde es jetzt gerne einbrennen. Okay. Du dampst ja voll. Das war's jetzt. Oh mein Gott. 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 Ich würde sagen, dein Tag ist jetzt beendet. Ich möchte mich bedanken für dich. Das ist echt ein tolles Geschenk. Nein, ich möchte dich bei dir bedanken. Du hast das ganz lieb gemacht. Manchmal tat es mir wirklich sehr leid. In manchen Situationen war ich zwar ein bisschen genervt, aber wenn ich jetzt zurück auf den Tag gucke, fand ich es sehr schön. Es war schon ein sehr, sehr schöner Tag. So Leute, jetzt denkt dran, in diesem Video gibt es natürlich wieder eine Verlosung für meine Abonnenten. Und zwar könnt ihr diesen mega geilen Fernseher gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Und mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil. Das war es mit dem Video. Jula, komm, wir sagen Tschö. Schaltet unbedingt morgen ein. Morgen gibt es nämlich den Bibi-Tag, meinen Tag. Und glaubt mir, das reicht jetzt. Ich habe so was Geiles geplant. Tschö. Oh mein Gott. Ciao.